Hallo meine Lieben und Willkommen zu einem klitzekleinen Infovideo von mir. Mein Name ist der LifeForce, alst.life und ja, ein paar ganz kurze Infos, mehr oder weniger. Erstmal, nein, ich bin nicht tot, sondern ich bin sozusagen wieder zurück. Ich hatte sehr, ich sag jetzt mal, erholsame Weihnachtsfeiertage, beziehungsweise heute werde ich den ja auch noch haben. Denn erst mal, ich werde erst am Montag wieder anfangen mit Let's Plays. Einfach deswegen, weil ich auch die Weihnachtsfeiertage genießen wollte, also auch genießen werde. Und unter anderem, weil ich dann eventuell auch etwas fitter drauf will. Außerdem, äh, gibt es eine ganz, 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 ganz klitzekleine Änderung. Aber auch nur eine ganz klitzekleine. Es wird folgendermaßen sein, W.O.W. wird vorzeitig, wohlbemerkt, vorzeitig erstmal pausiert. Nicht in dem Sinne abgebrochen, sondern lediglich nur pausiert. Das liegt daran, weil ich, äh, ehrlich gesagt, schon fast keine Parts mehr überhabe, beziehungsweise... Äh, beziehungsweise, ich müsste erstmal wieder ein paar neue Parts fertigstellen. Und im Moment fehlt mir auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen die Lust daran, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, das heißt jetzt nicht, dass es keine Parts mehr geben wird. Im Gegenteil, es wird noch Parts geben. Aber es wird halt ein bisschen dauern, bis ich fertig geschnitten habe und alles gerendert habe. Und so, stattdessen wird es vorzeitig erstmal so sein, dass am Montag und am Donnerstag jeweils eine Folge Left 4 Dead 2 kommen wird. Das liegt, wie gesagt, ganz einfach da dran. Und ich habe, äh, von WoW jetzt höchstens noch, muss ich mich mal überlegen, ich glaube, zwei Parts nur noch über. Dann war es das in dem Sinne, dann muss ich erstmal wieder neu rendern. Und, äh, das dauert immer so ein bisschen, bis ich die Zeit habe. Und von daher, aber wie gesagt, es wird dafür Left 4 Dead 2 geben. Und, äh, sprich, das Projekt, was im Moment am Laufen ist, äh, hier mit Neocortex. Ich weiß jetzt nicht den Namen von dem, von der eigentlichen Webform, Left 4 Dead 2. Auf jeden Fall, das wird jetzt erstmal weiterlaufen. Bis, äh, da irgendwas getan hat. Also sprich, biomilitechnisch irgendwas getan hat. Und, äh, ja, gibt es sonst noch irgendetwas zu sagen? Ich hoffe natürlich auch, dass ihr schöne Weihnachtstage in dem Sinne hattet. Und, ähm, ja. Mehr gibt es eigentlich so nicht eigentlich zu sagen? Wenn, äh, das Neues anstehen sollte, werde ich das natürlich noch ankündigen. Oh, tut mir leid. So. Auf jeden Fall werde ich das natürlich ankündigen. Aber, ich denke mal, so im Moment wird jetzt nichts sein. Und, äh, wie gesagt, was CMV betrifft, das wird sich in einigen Tagen, denke ich mal, erst wieder einfinden. Aber, wie gesagt, ich muss immer wieder ein bisschen Vorwart haben. Und die anderen Projekte, die gehen natürlich auch weiter. Super Mario Land Teil 2 wird übrigens auch am Dienstag abgeschlossen werden. Also, da wird es den finalen Part geben. Und, ähm, ja, es war eigentlich so ziemlich alles, was ich sagen wollte. Ich hoffe, dass euch dieses kleine Infovideo gefallen hat. Wie gesagt, leider sind es wieder ein Infovideos, aber, wie gesagt, ihr sollt ja auch schließlich auf dem Laufenden bleiben. Ähm, von daher war das eigentlich so ziemlich alles. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Denn, ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Natürlich, denn ihr wollt auch abonnieren, nicht vergessen. Und beim nächsten Mal, beziehungsweise am Montag geht es dann mit Left 4 Dead 2 weiter. Und, ähm, ja, Dienstag ist dann der finale Part von Super Mario Land 2. Was dann folgen wird, das weiß ich jetzt schon in dem Sinne, aber da werde ich jetzt noch nichts verraten. Lasst euch einfach am Freitag dann überraschen. Ich denke mal, bis dato wird sich das dann klären. Entweder mache ich nochmal ein Infovideo dazu, oder aber ich starte direkt mit dem neuen Projekt. Also von daher, lasst euch da einfach überraschen, was kommen wird. Und ich kann auch, ähm, und ich kann auch für nur noch Folgendes sagen. Bis dahin, ciao, ciao. Euer, den Live-Force, alias, die Live. Und natürlich auch. Ciao, ciao.